Ah, ich zeige den Haarspray, damit habe ich ein Iro hinbekommen mit meinen heftigen Haaren. Ich bin Özlem, die Tussi, die alles testet, damit ihr euch das Geld sparen könnt. In diesem Fall geht es wahrscheinlich aus, das ist wirklich, also der Sprühkleber von Got2B hält alles aus. Bro, damit habe ich meine Haare zu einem Iro mal gemacht, verstehst du? Wenn der drin ist, da bewegt sich nichts mehr. Die haben auch ein Haargel in diese Richtung, also beides zusammen ist der heftigste Halt ever. Aber danach bewegt sich nichts, was heftiges kenne ich nicht. Bis dann, tschüss.